Was das verbirgt sich hinter dem neuen Hot-Past-Sex-Trend? Unter Männern breitet sich ein neuer Trend aus. Meine Herren, hört, hört, hört zu. Das Sexleben könnte unterschiedlicher nicht sein. Während die einen jede Woche einen One-Night-Stand genießen, stehen andere auf BDSM-Sessions oder warten mit dem Geschlechtsverkehr, bis sie heiraten. Soll es auch geben. Beim Dating dauert es allerdings nicht lange, bis die eigenen Vorlieben und Einstellungen zu diesem pikanten Thema zur Sprache kommen. Momentan breitet sich ein neuer Sex-Trend unter Männern aus. Okay, unter Männern. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter Hot-Past? Wie das Wort schon offenbart, geht es hier um eine heiße Vergangenheit. Ich dachte, ich fall vom Stuhl. Männer enden, meine Herren, Männer ändern ihre Einstellung. Bisher galt es eher als unangebracht, wenn eine Frau bereits mit vielen Männern Sex hatte. Bisher. Einige bestanden sogar darauf, dass sie der erste Mann sind, mit dem die Frau dieses intime Erlebnis teilt. Sie forderten und wollten sogar nachweisen, dass die Herztame unberührt in den Bund der Ehe eintritt. Okay, okay. Das hat sich nun jedoch geändert. Eine neue Studie zeigt nun, dass Jungfrauen als Sexualpartnerinnen immer weniger begehrt sind. Hört, hört. Was früher als erstrebenswert galt, ist heute uninteressant. Die Männer wünschen sich viel Liebe einer Frau, die bereits sexuelle Erfahrungen gesammelt hat, weiß, was sie tut und zudem ihre Vorlieben klar kommunizieren kann. Die Männer sind neugierig darauf, mehr über die sexuelle Vergangenheit ihrer neuen Partnerin zu erfahren und finden diese sogar erregend. Das Burkenkarussell dreht sich ganz astrein. Das habe ich von Paul geklaut. Größe gehen raus. Also meine Herren, neueste Studien zeigen, Männer wollen eine Frau, die sexuelle Erfahrungen gesammelt hat, die weiß, was sie tut. Männer sind sogar neugierig auf ihre sexuelle Vergangenheit und vor allem davon auch noch zu hören und finden diese sogar erregend. Sie lassen sich von ihrer Freundin oder Ehepartnerin erzählen, was sie mit anderen erlebt haben. Mhm, hört, hört. Wer hört das von euch nicht gerne, wenn dein neues Date oder deine Partnerin sogar erzählt, wie Super Saiyajin Tyrone sie eines Abends im Urlaub zerlegt hat. Kein Detail darf fehlen und die Männer masturbieren nach diesen Masturbieren nach diesen Erzählungen. Alter, wen haben sie gefragt? Was ist das? Okay, also, wo waren die da? Bei irgendeinem, bei irgendeinem, hier, wie heißen diese Dinger? Naja, wie auch immer. Es ist ein Club, Dankeschön, vielen lieben Dank. Also, kein Detail darf fehlen und die Männer masturbieren nach diesen Erzählungen. Was musst du dir vorstellen? Ja, Schatz, erzähl mal. Und dann erzählt sie so und währenddessen holt der einen Rauch so, oh ja, erzähl weiter, erzähl, wie er dich vernichtet hat. Und die Frauen bestimmt so, oh Schatz, ich finde das voll erregend. Auch der gemeinsame Sex mit dem Schlüpfering Geschichten aufgebessert. Hotpass wird zum Fetisch und zum Kick. Früher berichten die Männer, dass sie Angst hatten, mit den sexuellen Erfahrungen der Frau nicht mithalten zu können. Ja. Tun sie auch nicht in den meisten Fällen. Einige klagten über Eifersucht, Verlustängste und Unsicherheiten. Das hat sich nun jedoch verändert. Sie konnten durch die erregende Gespräche mit ihren Frauen sogar einen neuen Zugang zu ihrer Sexualität finden und ihre Eifersucht überwinden. Die Befürchtungen haben sich somit nicht bewahrheitet. Im Gegenteil. Meine Herren, ja, neuesten Studien haben ergeben, dass Männer nicht nur keine Jungfrau haben möchten, nein, sie möchten sogar von der Vergangenheit detailgenau wissen, was da passiert ist, während sie sich dabei noch sogar einen runterholen. Vorbei mit Eifersucht, vorbei mit ich möchte nichts davon hören, vorbei mit wie hoch ist dein Bodycount, was über 5, ich bin raus. Es gibt Hoffnungen für alle Frauen da draußen, die es gibt Hoffnungen für euch, meine Damen. Der Mann der Zukunft hat kein Problem damit, nein, viel mehr sogar, er, es freut ihn sogar, wenn du ihm von deinen Sexabenteuern erzählst. das frisst sogar das Sexualleben auf. Bleibt am Ende leider immer die ganz, ganz große Frage, die man sich danach stellen sollte oder muss, sind es auch die Männer, die diese Frauen haben möchten? Und die Antwort lautet natürlich nein, denn ja, ja, ich glaube sogar der Studie, aber ihr dürft halt eine Sache nicht vergessen, die 80%, also die meisten Männer, die für Frauen uninteressant sind oder unsichtbar sind, müssen sich eine neue Sexualstrategie überlegen. Und in diesem Fall, ja, lautet diese Sexualstrategie mit der Frage, wie kann ich mich anpassen, das hatten wir ja auch schon letzte Woche, die Frage immer, wie kann ich mich anpassen und anpassen kann auch heißen, diese, 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 Demütigung, die ich dadurch erfahre, wenn rauskommt, dass meine Frau oder meine Freundin oder das Date, also die Frau, die ich gerade date, diese Demütigung, die ich erfahre, wenn sie mir erzählt, dass sie von zig anderen Typen angefasst worden ist, die sexualisiere ich einfach. Das ist ja das Kack-Olding. Guckt euch nochmal das Video von letzter Woche an, was Kack-Olding ist und warum das Männer machen und warum sie das geil finden und das ist genau das, was hier passiert. Und das wird auch in der Zukunft passieren, ja. Also ich sage nicht, dass es etwas ist, was, was für viele Männer keine Option ist. Männer müssen sich anpassen. Die 80 Prozent, die nichts abkriegen, müssen sich anpassen. Und Anpassung bedeutet, ich muss irgendwie mit dieser Eifersucht, mit dieser Demütigung, die ich empfinde, umgehen können. Damit ich das bekommen kann, was ich eigentlich möchte. Nämlich überhaupt mal eine Frau, die nicht nur mit mir schläft, sondern auch die natürlich auch langfristig bei mir bleibt. Weil ich muss ja irgendwie meinen Zugang zum unlimitierten Sex auf irgendeine Art und Weise garantieren können. Also sexualisiere ich diesen Akt, indem ich einfach sage, ich finde es geil. Ich finde es geil, wenn sie mir erzählt, wie erfahren sie ist. Ich finde es geil, dass sie Erfahrung hat und dass sie auch weiß, was sie tut. weil damit nehme ich mir die Bürde weg, ihr es zeigen zu müssen. Weil Frauen wollen ja einen dominanten Mann, der ihnen zeigt im Bett, wo es lang geht und nicht einen, der keine Ahnung hat. Und das nimmt ihnen den Druck weg, weil sie sagen, okay, ich muss nicht nur nicht mehr performen, sondern ich muss auch nicht der Frau was zeigen. Sondern sie weiß ja schon alles. Sie kann ja alles machen. Was übrigens ein Fehlglaube ist, weil dadurch heißt nicht, dass Frauen keine Dominanz mehr im Bett haben möchten. Die Dominanz des Mannes muss immer noch da sein und die zeigt sich durch seine Erfahrungen natürlich, selbstverständlich. Es ist ein Irrglaube, dass die Typen natürlich glauben, okay, wenn ich zu einer Frau gehe, die Erfahrung hat, die wird dann an mir keine großartigen Erwartungen haben. Doch wird sie. Sie will trotzdem, dass du dominant bist. Und wenn du keine Ahnung im Bett hast oder keine Erfahrung mit Frauen gesammelt hast, dann kannst du nicht dominant sein, weil du gar nicht weißt, was du machen sollst. So, und natürlich dann am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, weil dann die Frau irgendwann sagt, weil sie natürlich auch mit so einem Typen zusammen ist, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, dass sie dann sagt, du, ich habe keinen Bock mehr auf dich. So, Beta-Versorger-Seite ist in Ordnung, kann ich irgendwie noch irgendwie handeln, aber ich will mal einen richtigen Typen haben, einen richtigen Mann wenigstens. Also öffnen wir das Ganze mal und lass mich mal rausgehen und meine Optionen, die ich sowieso immer habe, mal ausspielen und ein bisschen Spaß haben. Mal richtig Spaß haben. Ich mache mir mal richtig Bock auf Sex. Und dann natürlich, klar, auch hier muss sich der Mann halt anpassen. Besser anpassen und diesen Akt, also diese Demütigung, diese Eifersucht sexualisieren, anstatt die Frau zu verlieren. Das ist halt das, was ihr, also, ihr müsst verstehen, Männer tun alles, um am Ende eine Frau abzukriegen oder dass eine Frau bei ihnen bleibt. Egal, wie makaber das klingt, egal, wie beta das klingt, egal, wie demütigend das Ende ist am Ende ist, egal, wie respektlos am Ende sich die Frau ihnen gegenüber verhält, Männer machen alles. Und natürlich, klar, auf der anderen Seite, manipulieren, etc. Sie tun alles, damit dieser unlimitierte Zugang zu Sex weiterhin erhalten bleibt. Sei es Lügen, Verarschen, alles, was in diese Richtung geht. Deswegen sage ich es immer wieder, was Frauen verstehen müssen, wenn Männer gemischte Signale senden oder nicht klar in ihren Aussagen sind oder in ihrem Verhalten, dann müssen sie in dem Moment verstehen, er macht gerade auch unterbewusst, er macht gerade alles, um dich nicht zu verlieren. Nicht, weil er dich liebt, nicht, weil er Gefühle zu dir hat oder eine Bindung zu dir aufgebaut hat oder er dich toll findet oder gut aussehend findet. Nein, er will weiter mit dir vögeln. Er will dich nicht verlieren. Nur deswegen. Also lügt er dich an oder sendet diese gemischten Signale. Und dann natürlich auf der anderen Seite, wenn du mit deiner Freundin zusammen bist oder verheiratet bist, auch hier, wenn es darauf ankommt, musst du eine Strategie entwickeln, wie du damit klarkommst, dass sie von anderen Männern genommen wird. und lieber das, als sie zu verlieren. Je optionsloser du bist, umso mehr wirst du über dich ergehen lassen. Und nein, das heißt nicht jedermann, aber nochmal, wir reden, also diese Studie oder wenn wir generell dann so über so was sprechen, wir reden von diesen Männern, die wirklich nichts abkriegen, selten abkriegen. Bodycount von 1, 2, wenn es hochkommt. Das sind keine Typen, die bei Frauen erfolgreich sind, die ein bisschen Auswahl haben, etc. etc. Weil die sagen können, nee, Blödsinn gebe ich mir nicht. Stehen auf und gehen einfach. Untertitelung des ZDF, 2020